Traurige Nachricht, großartiger Spieler wird nicht ins Trainingslager reisen, aber erstmal, wenn du ein treuer Dortmund-Fan bist und keine Infos zu unserem Lieblingsteam verpassen möchtest, empfehle ich dir, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um hier alle Infos aus erster Hand zu erhalten, zurück zum Thema, ein paar Wochen ist es hier, dass Abdule Kamara zuletzt für den BVB spielte. Nachdem der 18-Jährige gegen den MSV Duisburg sein wohl bestes Saisonspiel abgeliefert hatte, zog sich der Mittelfeldspieler einen Bänderriss im Knie zu. Der Genier ist seit Mitte Oktober weg und es ist unwahrscheinlich, dass er sobald wieder ins Training, beispielsweise in ein Praktikum, zurückkehren wird, schade, dass sich Abdu verletzt hat. Ich hoffe, dass er Mitte oder Ende Januar wiederkommen kann. Für das Trainingslager wird es wohl nicht reichen, sagte U23-Trainer Christian Preusser im Gespräch mit den Ruhr-Nachrichten. Damit wird Borussias zweite Vertretung vom 2. bis 10. Januar in der Türkei komplettiert. Auch eine Teilnahme am Trainingslager mit den Profis vom 6. bis 14. Januar ist unwahrscheinlich. Angesichts der Ausfallzeit von etwa 2-3 Monaten ist dies nicht verwunderlich, Kamara bekommt Komplimente, Abdu hat sich in der U23 etabliert und war in den letzten Wochen ein wichtiger Faktor, sagte Profit-Trainer Eden Terzis kürzlich. Abdu ist unglaublich gut am Ball, er spielt tolle Pässe. Er ist ein guter Umschaltspieler. Er will immer den Ball haben, manchmal wird es fast zu viel, lobte Christian Preuss. Doch trotz aller positiven Worte gibt es immer noch Kritik an der 18-Jährigen. Er muss defensiv noch aktiver werden. Ich hoffe, er hat oder bereitet weitere Ballsiege vor, sagte der U23-Trainer. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr verpassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin solche Videos für Sie teilen kann, und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team verpassen, und das ist eine Umarmung und ein Abschied.